Selten war ein Rookie of the Year-Ren so eindeutig und wenig spannend, wie es in der 2020-2021er Saison der Fall war. Sicher, Anthony Edwards zeigt zum Ende des Jahres hin vielversprechende Ansätze und klar, Terry Saliburton deutete früh an, warum die Kings den eigentlich untouchable in Trades hätten machen müssen, aber von Start bis Ziel gab es eigentlich nur einen klar besten Spieler. Dieser hört auf den Namen Lamello Ball, der jüngste der Ball-Family und der klar beste Rookie in jener Saison damals. Er bekam 84 First-Place-Votes von den 99 möglichen, fast noch zu wenig eigentlich, Anthony Edwards sammelt in die anderen 14 und finnischte auf Rang 2, vor Halliburton auf Rang 3. Nun, heute, mehr als zwei Jahre später, sind viele nicht mehr ganz so optimistisch, was den jungen Hornets Point Guard angeht, die Euphorie ist so ein bisschen verflogen und mittlerweile ist er auch nicht mehr der A-Beste und B-Vielversprechendste Spieler seiner Klasse. Fragst du heute Experten, General Manager, Coaches und andere, werden dir die meisten sagen, dass sie ihr Team langfristig lieber um Halley oder Gunn, speziell einen Ant-Man bauen würden. In meinem großen Spieler-Ranking sind beide mittlerweile auch vor ihm und ich denke, dass beiden ihrer Prime die besseren Spieler sein werden, wobei ich dabei Edwards noch größere Zweifel habe als bei Halliburton. Fakt ist aber, diese beiden haben in den letzten beiden Jahren heftigere Entwicklungssprünge gemacht, während man das von LeMelo leider nicht so wirklich behaupten kann. Zu seiner Verteidigung ist es natürlich leichter, einen großen Entwicklungsprung zu machen, wenn A, deine Rookie-Saison weniger brillant war und B, du nicht ständig mit Verletzungen zu kämpfen hattest seitdem. Denn Ball machte zwar 75 Spiele in seiner zweiten NBA-Saison, seine dritte war allerdings vor Fluch, denn er kam gerade einmal auf 36 Einsätze und wurde immer wieder von Hartner gegen Verletzungen heimgesucht. In diesen legte er sehr ordentliche Volumen-Stats auf, über 23 Punkte und 18 Abassist pro Abend und das war eine erneut ziemlich krasse Steigerung im Vergleich zum Jahr davor, allerdings war er dabei nicht so besonders effizient. Ein 108er Offensiv-Rating ist allerdings ziemlich unterdurchschnittlich, im Jahr davor waren es immerhin mal 111, allerdings auch kein besonders guter Wert und als Rookie waren es ebenfalls 108. Nur zum Vergleich, Tyree Selleburton hatte als Rookie bereits 118, im Jahr 2 dann 119 und besteht sich in Jahr 3 dann irre 129, das sind ziemlich drastische Unterschieds, zumal beide seit Hallys Trades den Pacers auch eine sehr vergleichbare Rolle in der Offense einnehmen. LeMelo war nie ein besonders effizienter Scorer, ein Career-Average von knapp 55% durch Shooting ist schwach und dabei hat sein letztes Jahr diesen Durchschnitt noch etwas nach unten gezogen. Also, woran lag das? Warum hat es so ein brillanter und begabter Spieler in seinen ersten drei Jahren noch nicht geschafft, offensiv effiziente Stats aufzulegen? Aber warum glaube ich nach wie vor, dass der Hype zurückkommen kann und LeMelo irgendwann mal einer der besten Spieler der NBA sein wird? Nun, der Point Guard hat viele, viele Stärken, er ist einer der absolut elitären Point Guard-Playmaker und Passspieler überhaupt. Er kreiert am laufenden Band hervorragende Looks für seine Mitspieler, er hat diese besondere Gabe dabei, dieses gewisse Etwas. Seine Spielübersicht ist insane, der Touch ist komplett lächerlich, sein Timing, die Passgenauigkeit, seine Fakes, wie er Defenses liest und manipuliert, es fallen mir wenige bessere U23-Patzspiele in der NBA ein, wenn überhaupt irgendwelche. Egal ob in der Transition oder im Halbfeld, egal gegen welche Art von Defense, egal mit welcher Hand, LeMelo kreiert, plays für seine Kollegen und wie. Schaut euch doch nur mal ein paar dieser Sequenzen hier an, das ist ja an Lächerlichkeit teilweise kaum zu überbieten. Er ist außerdem ein herausragender Shooter und das war so ein bisschen der Zweifel von vielen Leuten, bevor er überhaupt in die NBA kam. 38% Schnitt in seiner Karriere von Downtown und das bei extrem hohem Volumen und einem ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad, das kann sich wirklich sehen lassen. LeMelo ist einer der besten Pull-Up-Dreiwerfer der NBA von Tag 1 angewiesen, verwandelte Side-Step und Step-Backs mühelos und hat eine unfassbare Range. Wenn vor dem Draft damals jemand gesagt hätte, dass Ball in seinen ersten drei Jahren eher ineffizient wäre als Scorer, dann hätten wahrscheinlich alle vermutet, dass es an seinem Dreier liegen könnte und das ist halt aber überhaupt nicht so. Es ist daher fast schon etwas erschreckend, dass er trotz diesen fantastischen Quoten so große Probleme hat. Das geht alles damit los, dass Ball kein besonders guter Finisher im Korb ist. Und genau das unterscheidet ihn von jungen Leadguards wie Doncic, SGA, Morant oder Fox. Bei Spielern wie Halliburton, Garland oder Young ist es jetzt auch nicht unbedingt eine riesige Stärke, aber dass es so eine krasse Schwäche ist, ist halt eben auch nicht so. Um fair zu sein, zumindest eine statistisch kleine Improvement zu erkennen. Als Rookie waren es noch 56% Field Composition in der Restricted Area in Jahr 258 und zuletzt 59%, aber da ist noch sehr viel Verbesserungsraum. Das geht alles damit los, dass er einfach nicht häufig genug zum Korb kommt, weil er nicht den schnellen ersten Schritt hat und nicht einfach explosiv an Defender vorbeiziehen kann, so wie es ein Darren Fox oder Jamorant beispielsweise kann. Er kann sie auch nicht physisch überpowern wie ein Luka Doncic und er hat nicht diese Shiftiness, die Moves und das Ballhandling eines Jay Gilgis. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Ball physisch kräftiger und stärker werden muss, er stand in Berlin direkt neben mir, der Dude ist nicht dünn. Aber er muss zwangsweise besser daran werden, seinen Körper geschickter einzusetzen und das Maximum aus seinen physischen Möglichkeiten rauszuholen. Wann suche ich den Körperkontakt, an welcher Stelle suche ich ihn, viele Spieler können das nicht so gut und LeMelo gehört da in meinen Augen absolut mit dazu. Oft sucht er gar nicht erst irgendwelche Kontakt oder er sucht die nicht optimal, wodurch er komplett seine Balance und Kontrolle verliert und das zu wilden Abschlüssen führt und er dazu gezwungen ist. Das Nummer 1 Ziel muss es in meinen Augen sein, zu mehr hochprozentigen Abschlüssen direkt am Korb zu kommen. Da sind natürlich auch seine Hornets in der Pflicht, mit besserem Spacing und guten Looks durch das offensivere System kreiert, aber das geht alles bei LeMelo direkt selber los. Er ist einer der besten Ballhandling-Pointguards der NBA, aber da müssen mehr Moves speziell nah am Korb her, beim Gatheren, in Sachen Spin-Moves, Zero-Steps, Drop-Steps und so weiter. Ballhandling am Perimeter und Ballhandling in Korb-Nähe sind zwei komplett unterschiedliche Bereiche in meinen Augen, aber aktuell ist Ballen nur in einem davon wirklich richtig gut. Das sah man alles auch wieder in der Pre-Season, der ich natürlich nicht allzu wert geben möchte, aber es war interessant zu sehen, wie LeMelo nach dieser langen Sommerpause aussah. Und ein paar dieser Schwächen sind wenig überraschend immer noch klar sichtbar, er zieht einfach nicht gerne zum Korb, um dort dann den Abschluss zu suchen. Mir kommt es manchmal so vor, als würde er am liebsten die ganze Zeit nur Dreier werfen und passen und das war es dann. Melo hat nach wie vor Risikoprobleme bei seinen Drives und Finishes mit Links, keine Jalen-Brown-like Probleme, aber man sieht schon teilweise sehr stark, dass er dabei nicht 100% komfortabel ist. Aber seine Probleme hören dabei gar nicht auf, generell ist er kein guter Scorer innerhalb der Dreierlinie. Ein elitäres Floater-Game ist so wichtig und junge Lead-Guards wie Moran, Garland, SGA, Doncic oder Young sind wahnsinnig gut darin, bei Melo sieht das leider nicht ganz so rosig aus. Wenn Verteidiger die Zone zumauern und den Weg zum Korb versperren, ist so ein Floater absolut Gold wert, gerade gegen Drop-Defense in den Playoffs kannst du Gegnern das Leben so zur Hölle machen damit. Vielseitigkeit und Unberechenbarkeit sind die Schlüssel, um eine erfolgreiche erste Option zu sein und da gehören eben nicht nur Dreier und Layups dazu, sondern auch ein gutes Game aus der kurzen Midrange. Und wenn wir gerade dabei sind, auch ein Game aus der langen Midrange natürlich. Fakt ist, einen guten Midrange-Wolf zu haben, hat noch niemandem geschadet. Niemand will, dass Melo statt all diesen Dreier und zweimal lange Zweier nimmt, trotzdem soll diese zumindest im Arsenal haben. Wenn Verteidiger wissen, dass du nicht aus der Midrange werfen wirst, weil du es nicht kannst, dann wirst du unberechenbar für sie und das möchte man eben nicht. Wenn du nicht komfortabel bist, innerhalb der Dreierlinie den Abschluss suchen, dann hast du ein Problem. Es geht darum, freie Räume in der Defense zu attackieren, in dieses Spot zu kommen, Lücken zu sehen und auszunutzen und manchmal sind diese Räume eben in der ungeliebten Mitteldistanz, du kannst diesen Bereich aber nicht komplett ignorieren. Und manchmal läuft die Schocklock runter und du musst vielleicht einfach aus dem Magic aktiv werden, da ist es schlecht, wenn du das überhaupt nicht kannst. 41, 37 bzw. 40% aus der langen Mideldistanz bei geringen Volumen in seinen ersten drei Jahren müssen gesteigert werden und das gilt auch für den letzten Bereich hier und heute, an dem LeMelo arbeiten muss und zwar seinen Turnovern. Melo produziert einfach zu viele Ballverluste und auch das drückt so ein O-Rating eben ziemlich nach unten. Da mache ich mir langfristig aber wirklich die wenigsten Sorgen, junge Pointguards, gerade so Verspielte und Experimentierfreudige neigen früher in ihrer Karriere häufig zu vielen Ballverlusten, aber auch da hoffe ich bereits in der kommenden Song auf einen großen Entwicklungssprung. Also, LeMelo Ball, du hast einiges zu beweisen in der kommenden Song, let's go! Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr mittlerweile von ihm haltet und ob ihr denkt, dass er wieder zu einem der besten Jungtalente der NBA werden kann. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!